Wir müssen uns wirklich ein bisschen mehr einschränken mit dem Gebrauch unserer Zeitmanipulation. Sonst geht Max ganz, ganz schnell kaputt. Das dauert nicht lange. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Sind wir jetzt an einem anderen Ort? Nein. Wollen wir mich hier nicht weiter umsehen, oder? Die Schaukel ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Wir machen erstmal das Foto. Das ist nämlich das mit der Schusswaffe. Genau. Den Donut, das wäre bestimmt im Diner gewesen. Das hier unten rechts ist, auf jeden Fall nachher noch im Wissenschaftsunterricht. Das haben wir auf jeden Fall verpasst. Das ist das Diner. Schade eigentlich. Okay, Chloe. Wir müssen reden. Das ist David. Mr. Frank. Okay. 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 Sie bekommen deine Geld. Nichts alle sagen das? Selbst wenn sie verletzten und stark sind? Was hast du da, Frau? Lass mich mal sehen. Wo hast du das Bracelet bekommen? Ein Freund. Und es ist nichts von deinem Tod. Du bist mein Bracelet, und ich... Das ist Rachel's Bracelet. Warum hast du die Bracelet mit ihr? Calm dich, okay? Es war ein Geschenk. Nein, es war nicht! Du hast das Bracelet! Gib es mir jetzt, Asshole! You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Chloe, Chloe, Chloe. Please step back. You're kidding. Put that down. Ich glaube, jetzt zu schießen wäre eine absolut beschissene Idee. Come on, girlie. Shoot me. Ah, Christ. You're more like Abbott and Costello. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. Mal gucken, was Chloe dazu sagt. You have until Friday to pay me. Or I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. Ich bin ja echt versucht, zurückzuspulen und auf ihn zu schießen. Aber wir wissen, was das Max antut. Und... I freaked. I don't like guns. It'll be hard to keep Nathan off my ass. My step shit will have his other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe. I've never held a gun on a human being before. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved, it worked out this way instead. And there are more guns out there. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Oh, man. Frank took Chloe's gun because of me. Oh, man. Frank took Chloe's gun because of me. Now. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Is she in a auto-unfall gestorben, ja? So, where is Chloe now actually? Where is he going? Where is he going? Where is he going? Where is he going? We both need a time out from here. Frank hatte Rachels Armbands. The plot is sickens, wie man so schön sagt. Ja, Joyce und Frank, unsere letzten beiden Charaktere, die hier noch mitmischen wollen. Und wir haben jetzt schon 30 Einträge in unserem Tagebuch. Ich kann da ja mal ganz kurz für euch durchblättern. Ihr macht einen Zweifelsfall einfach Pause, ne? Dann klappt das schon. Lass uns hier abhauen, Chloe. Ich will hier nicht mehr sein. Ich hab das von Anfang an für eine blöde Idee gehalten. Ist vielleicht besser, dass du diese Waffe nicht mehr hast. Ja, ich auch. Ich denke. Chloe... Why the hell are you hanging around scary losers, wie Frank? Es ist weird. Lass uns eine Pause, und ich spreche. Es fühlt sich wie ein anderes Welt, oder? Ich wünsche, dass wir immer noch bleiben können. Können wir eine andere Pirate Forte, und... die Welt aus? Wir brauchen eine neue, secret Hangout. At least Frank wouldn't find us. Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? I'm still freaked out about what happened. That was awful, Chloe. I'm sorry. But Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe? Are you for reals? Frank just took your gun and threatened us. He's armed and clearly dangerous. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I planned to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers. Obviously don't get my pot from you, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Hung out? You don't mean you... No, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? I think we have to be careful and keep an eye on this guy without him eyeballing us, okay? It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens and it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different. She had... Has a great eye for images and for art. Yes, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Perfect. It's not fair. Bly the time. It's not fair. 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 Help! I am stuck! Hold on, Chloe. Du steckst fest. Verdammt nochmal, Chloe, wie kannst du feststecken? Meine Empfehlung, zieh den verdammten Stiefel aus. Immer mit der Ruhe. Wir sehen uns hier in aller, aller Ruhe um. Ich denke, wir schalten einfach mal den Weichenschalter um, oder? Oder nicht? Keilerkasten öffnen? Cut the wires. Womit können wir das zerschneiden? Ist hier irgendwas dazwischen? Vielleicht, dass wir ein Foto machen von Chloe? So wie sie da hängt? Ich würde ja sagen, haben wir einen Timer, aber das halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich. Ich würde sagen, wir spulen mal die Zeit ein bisschen zurück jetzt. Da kam nämlich gerade der Zug und nein, ich möchte mir jetzt nicht angucken, wie Chloe überfahren wird. Wir spulen die Zeit so weit zurück, wie es geht. Während ich mir nochmal überlege, was wir am besten machen. Wir gucken jetzt nochmal nach einem Werkzeug, mit dem wir ja die Drähte durchschneiden können. Oh ja, dann halt noch ein Stück zurück. So. Haben wir hier noch irgendwas, eine Axt oder irgendwas, einen Bolzenschneider, was weiß ich, um die Drähte zu zerschneiden. Hier ist noch eine Kabeltrommel. Die könnten wir schieben. Damit könnten wir wahrscheinlich die, äh... Versuchen wir mal, was passiert, wenn wir die Kabeltrommel anschieben. So, noch ein bisschen zurück. Dann machen wir mal mit der Berichtstange die Tür auf. So, was haben wir hier drin? Kalender. Schubladen. Ist der Zug schon wieder da? Da sind die, äh... Für den Draht drin. So, ich spule jetzt wieder so weit zurück, wie es geht. Beziehungsweise eben nicht. Haben wir uns gerade hier selber eingeschlossen, oder? Die nehmen wir mit. Was haben wir hier noch drin? Nichts. Erstmal raus. Zeit zurückdrehen. Tür kann ruhig wieder zufallen, das ist nicht weiter schlimm. Wir brauchen nur Zeit, dass wir jetzt da wieder runterkommen. Dass wir die Kabel durchschneiden können. Und zwar so viel Zeit wie möglich. So, wir müssen da nämlich jetzt wieder runter. Keine Angst, Chloe, wir holen dich da schon raus. So, öffnen. Zerschneiden. Zerschneiden. Grün. Okay, dann nehmen wir halt eine andere Farbe. Gelb. Okay, also eine andere Part. Es ist immer der rote Draht. Sehe ich das richtig? So, dann stellen wir die Weiche um. Und weg da. Meine Güte. Okay. Jetzt sind wir totalen, um Leben. Damn. Das war so schlimm. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? Es war cool zu spenden Zeit in Ihrer Lair, aber ich muss mich zurückkennen, zuerst zu werden, bis ich mein nächsterster. Das hat sie schön gesagt, aber Ich hab... Ganz schlechtes Gefühl bei der ganzen Geschichte. Was weiß ich über Chaos Theorie, Miss? Ich liebe Mathen. Fünf Jahre alt, Asswipe. Ein paar Leute verändern. Und deine Situation ist die perfekte Storm für Quanten Physik. Warum ich? Ich bin nur eine Geek-Gerl in eine kleine Stadt. Ein perfekte Beispiel von Strange Attractors? Sie lernen dir überhaupt nichts an Blackwell? Wir haben Tornado, Rewind Power und Freak Snow. Hallo, Armageddon! Also, wir fahren mit deinem Power, Rockstar! Wie gesagt, Professor Price, ein Superhero braucht einen Sidekick. Wie kann es so eine schütte Woche sein und noch eine der besten in meinem Leben? Weil wir wieder zurück in Aktion. Gibt's nicht auch ein Spiel, Blackwell Asylum? Enter the Vortex Club. Ich glaube nicht. Keine gute Idee. Okay, vielleicht mal mit dem Vortex Club Party. Wir reden erst mal mit dem Direktor. Vermeintlich. Vermeintlich. Allegend? Nathan hat eine Schlüssel. Habt ihr mit ihm gesprochen? Ja. Er ist sehr schrecklich über diese Akkusierung. Ich erinnere ihn nicht. Als ich alle Fakten habe, sprechen wir. Für den Moment, fokussiere dich auf deiner Schule. Ich kann nicht fokussieren, wenn ich Angst bin. Bitte nicht so sagen. Es gibt nichts, was bei Blackwell Academy Angst zu sein wird. Ach, nein. Unsere Head of Security ist eine neue Errung der Sicherheit. Wenn wir schon dabei sind. Ich sah Herrn Madsen Hassel Kate Marsh gestern. Warte. Warte. Siehst du hier eine Art, Max? Wahrscheinlich nicht die gleiche, die du siehst. Es ist sehr einfach, dass du die Leute sofort schaffst. Nathan? Herr Madsen? Wer ist da? Jetzt, wenn du mich entschuldigst. Ich habe ein Meeting. Ja, ich sehe, das ist ein so dringendes Meeting, dass sie hier einfach stehen bleiben und mich anstarren mit verschränkten Armen. Oder hinter dem Rücken verschränkten Armen zumindest. Blöden Mann. Justin ist immer stund. Justin ist immer stund. Wahrscheinlich, weil er das auch immer ist. Wenn ich normal war, wäre ich sehr gefreut, um zu einem großen Shindig zu gehen. Am Donnerstag. Ja. Episode 4 würde ich da mal vermuten. So, den haben wir hier so. Ich sehe mir jetzt hier nicht alles an, was hier so steht. Wir haben nämlich schon... Wir haben nämlich viele von den Sachen, die er uns schon in der früheren Folge angeguckt. Eine Zachary? Hallo, Zack. Du bist ziemlich smart, Max. See you at the game Friday. Ja, Max kommt relativ schlau rüber. Zack, äh, nicht. Da hinten, es steht doch David, oder? Da rechts. Hi. Na, mit dir können wir auch nicht reden. Na gut. Aber mit Courtney können wir reden. Unsere Chance, sie mal ohne Victoria zu erwischen. Courtney will do anything for Victoria in the Vortex Club. Hey Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club Soiree. Really? Oh, like you care. Warum nicht? I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club Party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal. Mal. Wir haben irgendwelche Informationen für das Gespräch gekriegt eben. Ich weiß zwar nicht welche, aber das wird uns das Spiel schon sagen. Mal. Mal. Danke, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. Mal gucken, ob es was bringt. Vielleicht können wir ja zumindest ein bisschen was über Rachel rauskriegen oder Kate helfen damit. Mal. 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 Musik Und sich hat er versucht, wirklich Rachel zu finden. Sie ist besser als das. All you kids are. So is Kate Marsh. Was über Kate? Sie sind zwischen uns in einem ziemlich schlechtes Moment. Sie ist eine andere Sache entweder. Kate hat nichts falsch gemacht. Max, das ist nicht nur über Kate Marsh. Meine Frage ist für die Sicherheit von all Blackwell-Studien, including Sie. Das wird mehr als die Kameras surveillance. Es wird mehr als Frau Grant und ihre Petition zu finden, dass er keine Studenten finden kann. Da hat er natürlich recht. Ja, da kümmert er sich doch auch gerade drum. Wie gesagt, vielleicht schätzen wir ihn ja wirklich etwas falsch ein. Vielleicht könnte er wirklich einer unserer wertvollsten Verbündeten bei der Suche nach Rachel Amber werden.